Musik Am letzten Abend des Jahres 2013 war es endlich soweit. Die schon seit Monaten geplante Silvesterparty im Weverlinge Haus der Generationen konnte beginnen. Geladen hatte der Mopsi e.V. Weverlinge. Ab 20 Uhr strömten partyhungrige Gäste in den Saal, um sich dort mit coolen Typen auf und um die Tanzfläche herum zu vergnügen. Schleppend lief der Abend an, es traute sich wohl niemand den Tanz zu eröffnen. Als dann aber doch ein tanzblütiges Paar das Parkett betrat, dauerte es nicht lange und die Party ging so richtig los. Wahrscheinlich war es der Herdentrieb, der hervorgerufen werden musste, um endlich die Gäste zum Schwingen der Beine zu bewegen. Es wurde abgerockt, man schloss sich zu großen Tanzgemeinschaften zusammen, bei denen es in der Mitte zu manch einer spektakulären Soloanlage kam. Sich völlig fremde Menschen rückten aneinander, feierten ab und vergnügten sich bis in die frühen Morgenstunden. Nur einmal wurde die tolle Stimmung unterbrochen, aber auch das war völlig okay. Denn die Mopsis hatten für die magische Geisterstunde ein tolles Feuerwerk vorbereitet. Wir möchten diesem Verein unseren Dank aussprechen. Sind sie es doch gewesen, die uns allen einen unvergesslichen Jahreswechsel ermöglichten. Musik 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 Musik